Die österreichischen Medientage stehen unter dem Motto Vorwärtsschauen. Und wir denken, dass wir das bei der Borda News schon ganz gut machen und vorwärtsschauen. Wir entwickeln Geschäftsmodelle jenseits des traditionellen Geschäfts auf Basis unserer starken Printmarken und mit Blick natürlich auf die Bedürfnisse unserer Konsumenten und Leser. Niemand wird sich auf Dauer dieser digitalen Transformation entziehen können. Und umso mehr bin ich auf den Austausch gespannt, auf den österreichischen Medientagen mit den Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere natürlich auch auf die Diskussion zum Thema Refinanzierung Out of Media.